... im Gebäude angekommen, das Parlament. Die Bauarbeiten zur Errichtung begannen in 1885 und im Durchschnitt arbeiteten 1.000 Leute an der Fertigstellung, so dass es in 1902 fertig wurde. Der Planer ging entstanden, der Architektur in der Stadt. Wachse, die Bauarbeiten, die Bauarbeiten, die Bauarbeiten, leider nicht mehr... ...Gottowa? Drukue Posu stiehli? Per favore! Der Kallium ist 368 m long und 108 m lang. Die Kallium ist 368 m lang und 108 m lang. Die Kallium ist 368 m lang und 108 m lang. Die Kallium ist 96 m lang und 196 m lang, wenn die Himmels konkurren die Kallie an der Kallie. Der nächste Kall ist sehr verständig, aber die Lenz der Kallie in der Kallie ist ungefähr 30 m lang. Ich habe das nicht mehr gesehen, was ich bin. Ich habe das nicht mehr gesehen. Jetzt geht es ja das. Schatz ist jetzt da, was? Es gibt eine Gesamtspläche von 18.000 Quadratmeter und 20 Kilometer an Treppen, hin und hinterfand 40 Kilogramm Gold, 242 Stadion, 27 Euro, 300 Euro, 800 Mitarbeiter und 30 Aufzüge. Der interesse ist heute 1925, eine Schöne noch gelést, am Abendmin, eine Schöne noch? In der Küche hohe, wie die Schöne noch die Bökelung, ein krummet decreasing. Und das ist die Urinan-Kurse, um reichen Stimme. Ursprünglich war das Parallel mit ungarischen Kleinsteigern.